Ihr Lieben, auch in diesem Jahr bin ich mit der Fahrtberatung an den verschiedenen Volkshochschulen vertreten. Für das erste Halbjahr stehen die Termine nun fest. Alle Infos zu meinen Workshops findet ihr auf den jeweiligen Seiten der Volkshochschulen. Ich freue mich auf euch. Das Schönste an uns sind wir. Eure Frau S.A.W. Eure Frau S.A.W.